hallo herzlich willkommen zu diesem kurzen video und funktioniert nein funktioniert nicht gut was ich nur kurz sagen wollte ist heute ist 24 deswegen von mir und ich denke mal auch im namen moris frohe weihnachten ein guter rutsch heute kommt oder es kam sogar schon unser weihnachtsspezialvideo von um sie zwei könnt ihr hier reinziehen eine 15 minuten habe ich gerade freigegeben kam heute etwas später da das bei youtube das verarbeitet youtube immer noch mal selbst und das hat heute keine ahnung ewigkeiten gedauert ja deswegen kommt kam es jetzt erst 20 uhr 20 40 aktuell gerade deswegen kam es heute etwas später ich habe ja gesagt dass am ersten zweiten weinertag formel 1 2015 kommt kommt wahrscheinlich erst am zweiten weinertag da ich aktuell probleme ist übertrieben aktuell muss ich noch ein patch runterladen da bin ich auch aktuell gerade dabei und ja da liegt es aktuell daran und deswegen dauert das aktuell heute etwas länger und ich komme leider auch nicht mehr dazu das noch fertig zu machen ich hoffe das ist nicht schlimm ich überlege mal wenn ich morgen dann bin ich auch nicht technisch gut und die technisch dann relativ gut bei durchkommen kann sein dass am ersten zwei nach zwei sagt direkt zwei formen kommen das gucke ich mir dann mal an auf jeden fall heute habt ihr auf jeden fall ein bisschen spaß mit formel 1 ach mit um sie zwei worris und mir ich habe mir das video noch nicht angeguckt aber alles gute denke ich mal dass das so wäre ich wünsche euch jetzt noch frohe fest tage und wir sehen uns dann beim nächsten video wieder spätestens am erst spätestens am 31 also in guter woche dann kommt auf jeden fall wieder was wir wollen bis dann ciao